Was ist das Sport für die Unternehmen? Beim Schwachfühner-Entreprise muss ich natürlich ein bisschen Gedanken machen. Asporas sind Sterne, ein Sportgeschäft war immer der Basse. Momentan sind wir schon ein bisschen mehr Sport erfaschen. Und das Geschäft, das wir hatten, war zu Angeldorf. Angeldorf und Sportgeschäft, das sind wir ein bisschen zu lange genommen, haben wir durchaus Aspor gemacht. Was wichtig ist in der Kommunikation noch bei uns, dass wir das nicht gut prägen können. Was auch für uns wichtig war, als ich gedacht habe, was mit einem, wo es auch geht. Wenn man zum Beispiel die erste Boutique hat, in der Zurückkrieg hat man bestimmt nicht WeSport genannt. Insofern wollte man mit Angeldorf ein Sport an alle Listungen, in der Zwölf von Spur zum Beispiel an. Es soll ein gewisser Auswahl sein, was man möchte, was das Wort Sport macht dran. Dadurch haben wir ein Sportgeschäft, wenn man das Sport macht, damit das Wort Sport noch mal dran wäre. Wie gesagt, du hast A für Angeldorf dran, du hast Sport für Sport dran. Das war die Basis, mit dem wir am Konrad zu gefangen haben. Die zwei Sachen zusammen, das geht dann eben Aspor. Nein, das ist richtig. Das tun wir nicht 100%ig dadurch durch. Das muss natürlich auch so, wir haben in einer Firma aufgefangen, über Schauber, wir waren zu drei Mann, die die Firma aufgefangen haben. Nur drei Mann, da habe ich da. Dann haben wir vielleicht regional gemacht. Mit Aspor, das ist eigentlich französisch gut, da brauche ich auch nicht zu viele Gedanken zu machen. Hier klingt es doch ein bisschen witzig, wenn man in Deutsch sieht. Wir haben richtig Gedanken genommen, bei der Kreation vom NUM nicht. Ich war regional gemacht. Wenn ich mich zur NUM nicht umgelebt habe, Es war die Richtigste NUM zu verändern, hat man eigentlich noch nie wollen, dass man einen NUM ausgefangen hat, man dann aber für alle einen NUM bekannt machen. Das kann ich die Menschen viel zu tun. Und für einen NUM einfach mal so zu ändern, und das geladet ich auch bei ganz grossen Firmen, wie ein Coca-Cola oder andere Firmas, die den NUM machen einfach nicht einfach so. Was wir hier haben, was wir hier haben, was wir überlegt haben, ist, dass wir im NUM ein zusätzliches Aus- und ein Slogan-Ampfang dabei haben. Wenn wir ein bisschen mehr an den Motor herangehen, dann nennen wir zum Beispiel Asper Sport Meets Fashion. Oder darin hatten wir Asper and Fashion. Einfach für den NUM einen zusätzlichen Impuls zu geben, für den zusätzlichen Aus- und über den NUM zu kriegen.